Die Wellenkette ist aus einem Torsionsband, an dem zahlreiche identische Handeln angebracht sind, zusammengesetzt. Mit diesem Experiment lassen sich einige Eigenschaften von Wellen ergründen. Am unteren Ende wird ein Wellenpuls angeregt, der sich durch die ganze Kette vorpflanzt und, oben angekommen, reflektiert wird, sodass er in die entgegengesetzte Richtung läuft. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wellenpulses hängt von der Wellenlänge ab. Zuerst wird ein kurzwelliger Puls angeregt und im Anschluss ein langwelliger. Es zeigt sich, dass der Langwellige den kurzwelligen Puls überholt und sich damit schneller ausbreitet. Bei geeigneter Frequenz entsteht näherungsweise eine stehende Welle. Bei geeigneter Frequenz Vielen Dank.